so leute und herzlich willkommen wir sind heute in leipzig da bin ich ja sehr sehr oft und heute ist mal der just for pyro der pyro liebhaber ja nee also wir ballern heute ein bisschen und hier ist auch noch jemand warte mal am besten hier hallo puma daher boomer also halber frames auch am start mal wieder es haben das ist ein flugzeug das flugzeug das flugzeug gleich das intro der welt so leute also real talk es haben sich ja wirklich manchmal leute gewünscht dass mal wieder was mit hyper frames kommt und jetzt ist es soweit also jetzt kommt tatsächlich mal wieder ein video mit hyper frames und jetzt wird geballert natürlich auch ein bisschen im regen und im wind merkt man ja perfektes samt effizientel spaß aus berlin importiert nach leipzig hier ja wir sind in leipzig in der tat und der der gerade sich verpisst den haben wir hier den johannes Hallo, ich brauche jemand, ich brauche jemand, wer hat gerade nichts zu tun? Ich habe nichts zu tun! Start, reiß auf! Ich reiß auf! Ich habe aufgerissen! Danke! Boah, Hilfe! Nein, ich mach das, das ist mein Rambo! Wollt ihr den Lob werfen? Ja! Ja, er brennt! Ja, genau! Event! Du bist gegen die Sonne! Nein, nein, da ist Dings! Abonniert auf den Kanal! Noch ein Rambo! Oh nein, da ist! Rambo? Oh! Aua! Genau! Mit einem Vulkan-Fantasy-Vulkan! Vulkan-Fantasy-Vulkan! Ja, genau! Den sieht man gut! Oh, die Funken! Aber voll schön! Abonniert alle! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Der? Von Mr. Feuerwerker hat er jetzt eine Silberkreisel! Eine Silberkreisel! Nein, das wird langsam zu ausländisch! Wollen wir jetzt mal! Eine Silberkreisel! Eine Silberkreisel! Let's go! Feuer frei! Alter, der brennt da richtig langsamer! Ah, die ist eigentlich... Gar nicht noch mit zu dir! Haha! Boah! Ah, der! Also, wirklich! Der hat sich ja richtig gedreht! Mach mal einen aktuellen hier! Der hat sich ja richtig gedreht! Man verbrennt sich jemanden! Ah! Warte! Top Teil! Wieder Tyro! Ist aber inegal, was du da grad machst! Zünd mal das hier an, bitte! Zünd mal das hier an! Zünd mal das hier an! Guckt euch mal das Design an, Leute! Ja, natürlich! Geiles Design! Und jetzt dürft ihr mal raten, von wem ich den grad bekommen hab! Ja! Eine Frau! Von wem hab ich den bekommen? Schreibt's jetzt in die Kommentare! Das ist der Power! Das ist der Power! Das ist der Kamera! Das ist der Kamera! Ja, genau! Die haben sogar noch graue Lumpen! Oh, oh, oh! Ja, ja! Also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir! Genau! Bei Daniels! Bei Daniels! Alter! Die Brenndauer! Voll geil! Für mich ja! Hier! Hier ist einer! Ah! Gremium! Da könnte man so ein richtiges Meme draus machen! Bin ich grad live? Ja! Ja! Oh! Das geht! Oh, geil! Diese Gattensicht! Wie geil ist das denn? Boah, vor allem wie geil das aussieht! Von Starkids! Was'n Zündung? Mach einfach so! Hier! Warte! Hoffentlich zünden die mich noch an! Ja, ja! Mus est reingest! Ja, ja! Boah! Alter! Ja, das macht jetzt viel? Ja! Machen den Zündung! So machen die Spaß Leute! Alter! Boah, was? Boah, was? I am the one, don't wait your time, don't need a... Noooo Jetzt mach ich so... Jetzt mach ich schwarzes Bild I am the one Warte Bleiben Sie Bleiben Sie Bleiben Sie Bleiben Sie Bleiben Sie Abonnieren! Bleiben Sie Bleiben Sie Bleiben Sie Ich möchte ein Rambo anzünden Ja Oh Alter Boah Was macht denn mit dem? Das ist so geil War das aus der Hand? Boah Rico Silberwirbel Wie nennt man das Logo? Flowerbasket Feuer Genau Flowerbasket Feuerbasket Feuerbasket Hyperbasket Die sind aber voll scheiße Oh Das Logo ist richtig Premium Ach Premium 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 Diamantsonne Von Beko Höllenfeuerwart Boah Merde Der Büroliebhaber macht ja Feuer Der vernichtet hier Beweise Oh mein Gott Alter Wie krass das ist Jetzt können wir den Bus raus wollen und Grille Das ist richtig schön warm ne? Ist so Frost Ist ja Feuer I am the one Da liegen jetzt die Junior Chicos drin Also jetzt hier sechs Junior Chicos Oha Eine brennt Einmal Alter Eiß auf Eiß auf Eiß auf Eiß auf Eiß auf Du Boah Mann Dein Kopf W lugar Eiß auf Eiß auf Eiß auf Eiß auf Eiß auf Eiß auf die sind alle die meisten sind gar nicht jetzt haben wir hier eisvögel und das lustige ist die habe ich von büro lieber wer kann sich daran erinnern die hat er mir damals gesprochen das war schon alles richtig sagen ja das ist da wo du die reno geschickt hast ohne witz die mama ist auch stark versucht man durch die tüle durch da kommt er mal ja 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 wiesen Oh, der dreht sich sogar. Oh, oh, oh. Die Scheiße. Oh, das schmeckt cool, Alter. Oh Mann, Scheiße. Sorry, dass das vor Pyro so inkompetent ist. Abonniert meinen Kanal. Kauft deines Merch. Tschau Leute.